so willkommen zurück bei a way out wir sind ein bisschen nass geworden im letzten part aber werden bald krank macht nichts kann man direkt ins krankenhaus einliefern ich habe eine errungenschaft freigeschaltet freiheit weil ich den vogel daraus kippen es wird jetzt auch er ist weg das wäre auch ein bisschen merkwürdig und zwar da kommen wir hier rüber wir müssen runter sind wir wie wir in gröntgen gehts da noch weiter runter gehts noch weiter gehts auch weiter ich tue es zu ok dann dann hierher da kommt der kalt ne auch nicht ich tue es auch zu hier gehts raus pass auf das licht auf oh ja 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 nein da war das knapp ich bin gleich da der hat mich nicht gesehen ich bin genau auf der scheinwerferlicht gerade eben gut gegangen ich bin genau auf der scheinwerferlicht gerannt und der hat mich nicht gesehen ich bin auch da gut ja es ist glaube ich nicht ok er kommt da nicht mehr hin das war ich das war ich knapp ja da ist er ja ja wir aus mit dem licht wenn das nicht mal umfällig ist wenn das nicht mal umfällig ist wir brauchen nur etwas zu schlafen was machen aber ok dann tschüss ich bin nochmal weg wache ich bin nochmal weg ich kann das auch ich bin Was ist das? Los, los, los! Schneller geht's nicht. Ich zieh weg hier. Lauf, 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 lauf. Einfach laufen. Au. Wir sind frei. Na, mal gucken wie lange noch. Oh Mann, ey. Hier. Komm, da. All right. Shit. The chopper? Yeah. Seems like we really pissed them off. They're using everything they've got. We have to be careful. I'm not going back in. Und schwupp. Na gut. Oh shit. Cops everywhere. We gotta watch out. Yeah. Oha. Na, die für Versuche brauchen wir. Oh. Ein paar? Ich würde sagen zwei. Oh. Haha. Wenn wir damit auskommen. Hm. Da bin ich mal optimistisch. Na super. Hunde sind da auch irgendwo. Ja. Hunde sind da auch irgendwo. Ja. Ah, die müssen ja beide, oder? Das war der Versuch Nummer eins. Ja, dann müssen wir es jetzt schaffen. Na, schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass sie uns in den Bösen sehen werden. Das war besser als erwähnt. Ja. Du schon, ein Hymn vorbei, na? Ja. okay irgendwas an die ist was auf ich bin von unten holen als es bleibt er stehen oder was Naja der hat uns glaub ich irgendwie bemerkt okay anderen Weg jetzt dreht er ne doch nicht gut da kommen wir wohl nicht lang hier kann ich gleich runter hinten gab es glaub ich noch einen Weg hier 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 schon mal weit weil es gerade eben ja oh die müssen wir zusammen okay los perfekt bis jetzt das war knapp da da hatte ich auch gerade überlegt hab ich auch gerade dran gedacht dass wir den besser ausschalten hier 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 in 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 hier in die in hier in oben drüber oder kommen wir unten drunter, kommen wir, kann man auch unten drunter her? ok, bereit? ja. gut dann los perfekt ich würde sagen, wir gehen oben drüber ok, versuchen wir das achso, du meinst, da unten drunter durch, ja? ja ja, wie kommt man da hin? ähm, weiß ich nicht ja, oben oben ist noch eine Treppe wir werden mal gucken dann gehen wir runter ja, Mann, wir haben das obwohl, ja, da kommen wir gar nicht hin zur Treppe, wir müssen irgendwo drüber hier ist alles zu oder kommen wir da, warte mal da werden wir durch versuchen wir es, oder? hm, unten langer ja, ja, unten drüber drücke nicht überqueren, unterqueren na komm, willst du wegfallen? ok wir gehen wir gucken, wie viele wächter das bewachen hier ah Ach du Scheiße, ey. Der scheint mir doch hoch, obwohl geht ja, ey. Ja im Moment geht's doch. Der ist ein Hubschrauber. Was hast du denn für Sachen? Nein! Nein! Alter! Ich hätte doch mal fast da runter gefallen. Mach mal die Tür auf, dann kann ich rüberspringen. Ach da könntest du rüberspringen, ok. Ich hoffe du fängst mich. Ok, sehr schön. Achtung, da oben ist einer. Was ist das? Hier kommen. Da oben sieht man? Ja. Ja? Du denkst du sie so weit kommen und die anderen Seite kommen? Nein, ich glaube nicht. Es ist ein wirklich grosses Hubschrauber. Und die Hubschrauber sind zu stark. Wirklich? Ja, ich glaube du kannst es mal versuchen. Ja, ich versuche es auch gerade. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Was ist das? Du bist doch schade. Geh lang. Ich kann das machen. Ok. Ach du Scheiße. Und das mit den nassen Schuhen und allem, ne? Ja. Das ist kein Schlüssel, das ist ne Axt. Ja, das ist ne andere Art von Schlüssel. Ja, natürlich. Definition von Schlüssel. Schließen. Dinger auf. Ja, das will ich hören, ne? Ja. Ja, das ist ne? Ja, das ist ne? Ja, das ist ne? Ja, das ist ne? Ja. Ja. Also, Hoch- und ausschaltenden Typ. Und dann kommen wir auch unten dran vorbei. Ja, ich glaube, das müssen wir dann machen unten dran vorbei. Oh-oh. Was ist das jetzt? Ja, ich beeil mich. Oh-oh. 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 Einfach laufen? Oh-oh. 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 Ah-hat. Hey. Aber hör, es wird nicht passieren. Harvey, ich muss mit dir sprechen. Warte, du hast es? Es ist wichtig, du musst du das hören. Schau, mach das deal, oder bleibst du meine Zeit, okay? Ja. Was ist passiert? Leo wurde aus der Präsenz. Was? Ich habe gerade den Telefon. Ist nicht er sei, dass er sterben? Der Mann hat sich verletzt. Gut für nichts. Sorry, Boss. Look, Sean. Du musst ihn finden, okay? Ja, aber ich bin nicht sicher, dass die Mannen wir jetzt haben... Das ist mein Problem. Du musst ihn finden. Du verstehst du? Ich weiß nicht, wie ich ihn verletzt. Du musst es passieren. Ja, Boss. Also, du hast entschieden? Ja. Präsenz oder kein Problem? Okay. Keine Problem. Ja. Ja. Jetzt verstehe ich auch langsam, warum die den Tor ziehen wollen. Ja. Jetzt verstehe ich auch langsam, warum die den Tor ziehen wollen. Ja. Okay. 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 Und dann gehe ich für einen Burger. Ja. Ich werde dir wissen, ob ich einen Burger-Jointe finde. Ja. Du machst das. Ja. Fertig gequatscht. Danke. Wie die immer dazwischenreden. Ja. Immer diese unhöflichen Leute, also... Es gibt es ja gar nicht. Ja, so eine Frechheit. Naja. Ich würde mal sagen, dass... Hoppala. Soll es für heute gewesen sein. Gehen wir mal beim nächsten Mal weiter. Und... Auf Wiedersehen. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.